So, jetzt geht's los! Also, wen davon kennt ihr? Kennt ihr den? Ah, das ist doch der Benedikt! Ah ja! Ja, genau, da! Daniel! Ja, Frey, ja! Daniel! Daniel, genau! Ja, die Franzi! Ja, aus Frankl, gut! Die Franzi! Ja? Die Kathi! Ja! Und? Und das ist richtig! Und? Oh, das ist ja noch viel jung, das ist recht voll jung! Das ist die 18-jährige Michelle! Ah! Ah! Ah, der Kutscher! Genau, stimmt! Ich kann dir schon sagen! Ah! Alles klar! Ja! Die Rotärmela dabei! Ja! Krass! Und die kandidieren alle für die Wahl am 15. März! Ja! Und insgesamt über 100 Leute haben wir schon zusammen! 15. März 2020! Über 40.000 Mandate in Bayern! Über 2.000 Gemeinden in ganz Bayern! Und jede Menge Kaliopelerinnen und Kaliopeler dabei! Darum machen wir jetzt zusammen den Erklärbär! Also, wie wähle ich richtig? Ja, das habt ihr ja selber alle gefragt, dass man das machen soll! Es gibt keine doofen Fragen! Was ist die erste Frage? Okay! Und wer helfen da? Wo ist sie eigentlich wählen? Ah! Da kommt ja der erste Nachteil! Was wollen wir als Kaliopeler, wann man wählen darf? Ab 14! Richtig! Was ist es in Bayern? Ab 18! Ja! Haben wir schon lang gesagt! Auch wenn das in 11 von 16 Ländern schon anders ist! Und wir das alles anders wollen! Übrigens, Fun Fact! Ja! Als Hilfsperson darfst du schon mit 16 helfen! Wenn Großmutter nicht mehr gesagt sieht! Ja! Darf man mit 16 dir helfen und unterschreiben, man hat dir geholfen! Warum ist das eigentlich so? Könnte man mal sagen! Gut! Wählen dürfen aber dann auch anders als beim Bundestag und Landtag auch Leute, die die EU-Bürgerschaft haben! Eine ganze Menge mehr als bei der Landtagswahl! Du hast natürlich Pech, wenn du aus der Schweiz oder aus der Türkei bist! Aber eine ganze Menge mehr Leute können bei der kommunalen Wahl wählen! Ja und wie ist das denn eigentlich, wenn man gerade woanders hingezogen ist? Eingezogen woanders ist? Ah! Genau! Da gibt es eine ganz leichte Regelung! Es gibt einen Stichtag, wer 35 Tage vorher in der Gemeinde wohnt! Der darf wählen! Der Stichtag ist diesmal der 9. Februar! Wer dann aber nach dem 9. Februar innerhalb seines Landkreises umzieht, darf dann bei der Gemeindewahl in der neuen Gemeinde nicht mitstimmen! Er darf dann aber noch den Kreistag oder den Landwahl wählen! Aber wer den Landkreis gewechselt hat, total rauszieht aus dem Landkreis, darf auch nur wählen, wenn er seine Briefwahl in der alten Gemeinde noch beantragt hat! Wenn er also rechtzeitig noch mehr Briefwahl beantragt hat! Aber nicht am neuen Wohnrat! Okay! Und jetzt nochmal für alle, wie viele Stimmzettel bekomme ich bei der Wahl? Ah! Stimmzettel gibt es dann jede Menge, die man so als Wahlvorstand verteilt! In den meisten Gemeinden ist das der Gemeinderat! Ich weiß, das ist auch Marktgemeinderat und dann halt Stadtrat! Und die Bürgermeisterin! Aha! Viel zu selten! Also Bürgermeister meistens! Kreistag darf man natürlich wählen, wenn man nicht in so kreisfreien Städten wie München in Nürnberg wohnt! Kreistag! Landrat! Oh! Oder viel zu selten Landrätin kann man wählen! Und in München, aber es interessiert uns gar nicht, gibt es noch die Besonderheit 25 Bezirksausschüsse und das darf man dann noch wählen! Ja! Okay! Und wie viele Stimmen kann ich dann vergeben? Ja! Wie viele Stimmen? Das ist genau geregelt, Bayerische Gemeindeordnung und Wahlkreisordnung und immer oben auf dem Stimmzettel. Wo heute mein Probestimmzettel, da habe ich so ein Ding aus dem Internet ausgedruckt, da unten ist dann der Link zu diesem Probestimmzettel, den kann man auch online schon probemäßig ausfüllen und da steht drüber, jeder Wählerin oder jeder Wähler hat hier 16 Stimmen! Da gibt es auch dann noch Übersicht, nochmal was zum Einblenden, ja, das beginnt bei wie bis 1000 Einwohner, wohnt irgendjemand in der Gemeinde bis 1000 Einwohner, aber da gibt es noch welche in Bayern, die haben nur 8 Gemeinderatsmitglieder, teilweise, die können aber festlegen, dass man doppelt so viele Stimmen in den kleinen Gemeinden bis 3000, da haben wir ja ganze Menge bei uns, ja, die dürfen dann sogar doppelt so viele Stimmen abgeben, also das wären dann immer mehr, hier, was weiß ich, 10.000 hast du 20 Gemeinderatsmitglieder, mit wieder 20 Stimmen und so weiter und in München wieder Besonderheit, 80 Stimmen, 80 Sitze an der Stadtrat, da ist dann der Stimmzettel ungefähr so groß wie unser Büro. So, und jetzt diese ganzen Fremdwörter, was ist denn kumulieren? Das ist aber nichts unanständiges, oder? Nein, nein, das ist ganz katholisch, kumuliert ist 3 auf einen Haufen, ja, Teufel, das heißt, du kannst höchstens 3 Stimmen zu einer Person vergeben, also, du schreibst doch wirklich ja 3 hin, bei 3 Kreuze kann man auch machen, in der auch gültig so, ja, aber wenn du 3 hinschreibst, gibst du 3 Stimmen der Leute hier, ja, auf diesem Musterstimmzettel, hier unten nochmal verlinken, so. Und, wofür sind wir? Wir wollen ja immer junge Leute wählen, nach vorne wählen. Also, schauen wir natürlich erstens Kalle Billerinnen und Kalle Biller 3 davor schreiben, ja. Was aber verwirrend ist, auf manchen Listen auf dem Land, auch auf diesem Stimmzettel, sind manche Leute doppelt und dreifach aufgeführt, das haben die gemacht, weil die nicht genügend Kandidaten, wenn sie jetzt 20 im Gemeinderat haben, aber die hatten nur 10 Kandidaten, was machen die dann? Die Namen mehrfach draufschreiben. Richtig, mehrfach draufschreiben, aber du kannst natürlich nicht mehr als 3 Stimmen bekommen, okay. Was das absolute No-Go ist, wenn du 20 Leit wählen kannst, 20 Stimmen vergeben, 21 Stimmen vergeben, dann ist das Stimmen ungültig, ja. Und nichts dazuschreiben, darf man auch nicht. Also, wenn ich dazuschreiber, Stefan Gerstel ist so ein super Typ, ja, ist er natürlich, freilich, aber ganze Stimmzettel ungültig, ja. Noch eine Frage? Es gibt noch ein frem Wort, Panaschieren. Ah, Panaschieren. Was bedeutet das denn nochmal? Wo ist eigentlich der Stimmzettel? Panaschieren ist, wenn ich verteile, wenn ich A, genau. Wenn ich also auf der Liste A paar Leute ankreuze und auf der Liste B paar Leute ankreuze oder denen 3 Stimmen gebe. Also, hier gibt es eine Kaliobählerin auf der Liste A, da gibt es eine Kaliobählerin auf der Liste B, die will ich gerne wählen, kann man machen, das heißt, Panaschieren. Noch eine Frage? Ja, und was ist mit den Stimmen, wo ich ganz oben vergeben kann? Ja, genau. Man kann auch, wenn das alles zu kompliziert ist, oben die Liste, da gibt es so ein Listenkreuz für Liste A, Liste B, Liste C, 1, 2, 3, ja. Da kreuzt man die ganze Liste an bei der Auszählung, heißt das dann, jeder Kandidat bekommt eine Stimme. Aber ich finde ja, da gibt man so ein bisschen sein Auswahlrecht her, weil wir wollen ja junge Leute nach oben wählen und nicht nur, dass jeder eine Stimme bekommt, ja. Drum eher einzelne Leute genau wählen, als für die ganze Liste ankreuzen, ja. Was echt cool ist, übrigens für die Profis, man darf sogar eine Liste ankreuzen und dann einzelne Leute streichen, das ist so ein bisschen schwierig. Aber man dürfen einzelne Leute streichen, das bedeutet dann, es kriegt zwar die ganze Liste eine Stimme, aber eben nicht derjenige, die man gestrichen hat. Aber so sind wir. Nächste Frage? Okay, bei vielen gibt es ja nur eine Liste in der Gemeinde, wen kann ich denn da wählen dann? Ah ja, klar. Bei einigen gibt es in kleinen Gemeinden so, dass nur eine Liste, also man muss sich jetzt vorstellen, eine Liste ist auf dem Stimmzettel, da kann man natürlich genauso das Listenkreuz setzen oder einzelne streichen oder auch nur einzelnen Leuten Stimmen geben. Das Coole ist, da könnte man sogar in den kleinen Gemeinden Leute dazuschreiben, handschriftlich. Also da kommst du, haha, Brandstätter, Benedikt, schreiben wir dann einfach dazu. Übrigens blöd, wenn es irgendwie Josef Müller doppelt gibt, dann sollte man schreiben Bäckermeister Josef Müller oder so. Ja, also muss tatsächlich eindeutig oder Josef Müller, der wo da und da wohnt, so. Ja, also könnte man tatsächlich... In was arbeitest du noch mal? Das gleiche geht, wenn bei der Bürgermeisterwahl, da gibt es ja auch häufig manchmal nur einen Kandidaten. Wenn die Leute finden, ne, dann würde ich aber gerne auch noch, hier, Julia zur Bürgermeisterin wählen, ja. Nur so als Beispiel, ja. Könnte man da drunter schreiben, Julia Mockri, Bürgermeisterin. Ja, aber nur dann, wenn es möglich ist. Ja, das war's. Noch eine Frage. Ja, und wer ist dann am Ende gewählt? Ah, genau. Abgerechnet wird am Schluss. Erstmal wird festgestellt, welche Liste wie viele Sitze hat. Da gibt es auch keine 5%-Hürde. Also in München ist das der Hammer. Du kannst eigentlich mit einem Prozent der gültigen Stimmen, kannst du irgendwie in den Stadtrat kommen, so. Und von den Listen sagen wir deine Liste hat drei Plätze. Dann kriegen natürlich die, die die meisten Stimmen haben, auf diese Liste kommen in den Gemeinderat. Ja. Noch eine Frage? Ich hab noch eine letzte Frage. Wie funktioniert eigentlich die Briefwahl? Ah, Briefwahl, genau. Nach diesem 9. Februar, wenn man diese Wählerliste geschlossen hat, so, wer überhaupt wahlberechtigt ist, dann werden diese Wahlberechtigungen verschickt. Haben wir alle schon mal bekommen, die über 18 sind, eine kleine Postkarte, wenn man im Wahllokal, wann man überhaupt wählen darf, so. Ja, und da ist meistens auf der Rückseite so ein Antrag auf Briefwahl. Den kannst du ausfüllen, auch mit der Post irgendwie schicken, in München oder in vielen anderen Gemeinden. Kannst du es inzwischen auch online machen, dass du Briefwahlunterlagen bestellst. Was du nicht machen kannst, ist irgendwie anrufen und sagen, du wärst Simone Grill und du möchtest gerne Briefwahl machen. Ja, ob das so unbedingt durchgeht, weiß man nicht, ja. Dann wird es auch nicht so wichtig wählen. Das Coole, aber wenn man den Wahlbrief bekommen hat, wenn man Briefwahl macht, dann hat man natürlich viel mehr Zeit, sich zu überlegen, welchen Karliopälerinnen und welchen Karliopäler man denn jetzt wählt. Also man hat halt mehr Zeit, sich das zu überlegen. Ja, im Wahllokal kann man auch schon mal länger brauchen. Ja. Und nur klar, darauf achten, diese Briefwahl nicht nach der Wahl zurückschicken, ja. Also vor der Wahl muss es bei der Gemeinde sein, bei dem Wahlamt so, muss wirklich bis um 18 Uhr, muss ein Briefwahlzettel eingetroffen sein. Und was ein ganz alter Irrtum ist am Wahltag, scheißegal, wer seine Wahlbedachrichtigung verschmissen hat, man darf natürlich trotzdem wählen, sollte aber nachher so mitnehmen, sich also ausweisen können. Haben wir jetzt alle Regelungen erklärt? Habt ihr es jetzt alle kapiert? Ja. Jetzt haben wir es alle kapiert. Und jetzt nehmen wir alle live ins Wahllokal mit und sagen dann, Ich wähle mich und auf dich kommt es an. Genau, und dann sehen wir uns alle am 15. März im Wahllokal. Dann. Juhu.